Juristischer Gedankensalat.de präsentiert. Es gibt etwas zu feiern. Die 100. Ergänzungslieferung des Sartorius. Das Markenzeichen des Juristen, auch bekannt als Tegelstein oder Backstein, feiert Jubiläum. 100 Mal wurden die Ergänzungslieferungen akribisch einsortiert. 100 Mal wurde der Sartorius auf den neuesten Stand gebracht. Zum Jubiläum bringt der Beck Verlag eine besondere Ausgabe heraus. Im gewohnten CH Beckrot kommt er daher, aber sein Gewand ist zum Ehrentage etwas Besonderes. In feiner Lederoptik präsentiert sich der Sartorius und bringt auch noch ein ganz besonderes Geschenk mit. Eine ausklappbare magnetische Stütze am Ordnerrücken. Damit ist er nicht nur praktisch, sondern er sieht auch noch edel aus. Wer dieses Schmuckstück sein eigen nennen darf, der braucht auch keine Verpackung mehr, um ihn auszuführen. Zum Ehrentage bietet sich gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, einmal die Geschichte des Sartorius zu beleuchten. Warum heißt der Sartorius eigentlich Sartorius? Korrekt bezeichnet handelt es sich um die Textsammlung Verfassungs- und Verwaltungsgesetze und ist der erste Teil der Gesetze des öffentlichen Bundesrechts. Der Vater des Sartorius ist Dr. Karl Friedrich Sartorius. Seines Zeichens Staatsrechtler mit einigen Professuren mit Schwerpunkt Staats- und Verwaltungsrecht an deutschen Universitäten. 1903 war er das erste Mal der Herausgeber der Sammlung Staats- und Verwaltungsrechtlichen Inhalts, heute als Sartorius bekannt. Zunächst erschienen gebundene Ausgaben, diese erwiesen sich jedoch aufgrund der ständigen Aktualisierungen in den 1930er Jahren als zu statisch. So kam 1935 die erste lose Blattsammlung auf den Markt. Zu damaliger Zeit noch ohne die Steckmechanik, die Dornen, wie wir sie heute nennen, sondern mit Binnfäden. Generationen von Juristen, ob schon fertig oder noch im Studium, haben schon die hauchdünnen Blätter in mühevoller Kleinarbeit auf den neuesten Stand gebracht. Und auch heute, in Zeiten der Apps, des Internets und der Laptops, hat der Sartorius noch immer seinen festen Platz. Anmutig steht der Ziegel in so manchem Regal und wartet auf die neue Ergänzungslieferung. Für manchen eine Aufgabe wird zur Entspannung für andere ein Akt der Geduld. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Der juristische Gedankensalat wünscht dem Sartorius zur 100. Ergänzungslieferung alles Gute und freut sich auf die nächsten 100.